China-Restaurant 1000 Glück Hallo unser weiniger Kappi. Ja heute geht es mal asiatisch zu, chinesisch ja und wir sind hier in Herne im China-Restaurant 1000 Glück und das sieht sehr schön, richtig schönes Restaurant eingerichtet, groß und die haben Vormittags- und Nachmittagsbuffet, das Vormittagsbuffet kostet 12 Euro und noch was und das Abendbuffet 16 Euro und paar kleine. Richtig groß, aber man sollte reservieren, weil es ist sehr gut besucht und gerade am Wochenende. Hier Kuchen, alles ist mit dabei. Ja und was gibt es denn hier? Jetzt sind hier Kartoffeln, Schrimps, Tintenfisch, Schweinefleisch, Schöner, Spieße, Ente, noch welche Ringe, Brokkoli, Reis natürlich, verschiedene Sorten, Nudeln, Gebratenen, Reis, Tintenfischringe, Rindfleisch, Schnitzel, Pommes, Champignons. Ich mache das mal ein bisschen langsamer. Schrimps, dann nochmal Schrimps, Frühlingsrollen, Schnitzel, Schnitzel und dann, ja, hier gibt es nochmal Früchte, so viel man möchte, so viel man möchte, Autolifet, Banane, man kann essen so viel, wenn man möchte. Saarne Maschine ist leider kaputt. Dann gibt es verschiedene Eissorten, alles im Preis drin, jetzt am Abend für 16 Euro und ein paar kleine. Ja, ich zeige nochmal hier. Früchte, Früchte, Lützjes, alles Käse, verschiedene Soßen, Fisch, Panierter Fisch, das ist alles da. So. Und richtig super und das für den Preis, ja, wenn ihr hier in Herne seid, tausend Glück in Herne-Soding ist das ja und wir lassen es uns schmecken. Und wenn euch dieses Video gefällt, zwar kurz, aber wir lassen es uns schmecken. Bis zum nächsten Video und vielleicht sehen wir uns auch irgendwo. Die Frau hat sich einen zweiten Teller geholt. Also wenn eine Thai sagt, das Essen schmeckt hier in Deutschland, das heißt dann was. Und wenn ihr bedenkt, wenn ich irgendwo hingehe, was hier in einem Tagereistwagen einmal so gebratenen Reis kostet, ja und hier kannst du essen so viele Wilds, das soll schon was heißen. Ja, man kann alles durchprobieren. Fisch, Kuhn, Ente, Hähnchen, alles, Eiscreme, Kuchen. Also, das findet man auch das selten. Ja, essen wirklich, ja, man kann so viel essen, wie man will. Dann isst man schon voll und dann gibt es auch Eiscreme und Kuchen. Ja, das kriege ich nicht. Also, ich habe mal so einiges durchprobiert. Ja, und das war es dann aus dem Restaurant. Und tausend glücklichen Hernesodigen. Ja, alle, die hier zu meiner Ecke sind, würde ich auch immer vorbeigehen, essen, so viel man möchte, am Abend filmen. Knapp Dezember auch. Ja, also sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.